Agrarkonzerne bedrohen die Ernährung von uns allen. Fusionswelle über Fusionswelle rollt über uns hinweg. ChemChina und Syngenta, Dow und DuPont, zuletzt Bayer und Monsanto. Es ist eine Zeit gekommen für echte Heldinnen und Helden. Brechen wir jetzt die Fusionswelle. Du musst nicht fliegen können, um eine Heldin zu sein. Und Du musst nicht super stark sein, um die Welle aufzuhalten. Denn die neuen Heldinnen sind der Unterschriftenmagier, Wanda Klembretwoman und Flyerflash. Zusammen haben sie nur ein Ziel, Unterschriften sammeln. Auch Du kannst ein Held sein. Oder Superheldin. Wir brauchen Dich, um bis zum 1. Dezember 10.000 Unterschriften für eine schärfere Fusionskontrolle zu sammeln. Nur so können wir die Fusionswelle im Agrarbereich brechen. Bestellt einfach bei Incota Eure Ausrüstung und werdet Superheldinnen und Superhelden. 2. Dezember 2. Dezember 2. Dezember 3. Dezember